Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin. Ein Auftakt zu einer neuen Reihe von Jennifer Benkau und es ist so zauberhaft. Es geht um Fiona. Fiona lebt seit sie denken kann in Irland, arbeitet in einem nahegelegenen Reiterhof. Dort spart sie alles, was sie verdient, darauf, dass sie später selbst mal ein eigenes Pferd haben kann, denn ihre Eltern können sich das schlicht und ergreifend nicht leisten. Auf diesem Reiterhof nimmt sie alle möglichen Arbeiten entgegen, reitet aus mit Touristen, aber mistet natürlich auch die Stelle auf, alles was dazu gehört. Als sie gerade mit einer kleinen Touristengruppe unterwegs ist, sind drei Mädchen, die aus Deutschland auf dem Reiterhof Urlaub machen, entdeckt sie zwei Wildpferde, die in der Nähe grasen und sie hat sie dort noch nie gesehen. Diese Pferde kommen mir auch äußerst merkwürdig vor, aber sie hat eine Ahnung oder als wären sie für sie nicht gefährlich, als könnte sie einfach hingehen und diese Wildpferde streicheln, was natürlich total abwegig ist, weil wilde Pferde wild heißen, weil sie wild sind und auf gar keinen Fall gestreichelt werden wollen und vor allem wollen sie nicht gesattelt oder geritten werden. Das alles weiß Fiona, aber irgendwie hat sie doch das Gefühl, dass sie diese Pferde kennen könnte oder kennen müsste. Sie weiß nicht so richtig, was passiert. Und dann trifft sie eines Abends, als sie noch bevor sie eigentlich ins Bett soll, noch mal rausgeht in den Garten, weil der Sommer so schön ist und sie einfach das Ganze so genießen möchte, trifft sie auf einen Jungen und dieser Junge stellt ihr merkwürdige Fragen und eröffnet ihr eine Welt hinter dem, woher sie glaubte zu kommen, nämlich aus Ventusia. Und wie Fiona da versucht, einen Weg zu finden, beides miteinander zu vereinen und rauszufinden, wo sie wirklich herkommt, das ist unglaublich spannend und richtig, richtig schön zu lesen. Eine richtig tolle neue Fantasy-Abenteuer-Geschichte aus der Feder von Jennifer Benkau. Lest es euch gern durch, es ist super schön. Viel Spaß damit!